sehr schön aber zwar schon mal ein großteil automatisiert das funktioniert auch wieder alles schön auf der platte hier geschrieben passt das hätten wir soweit mal stehen okay also soweit weitestgehend der kapazitätskarte was hatten wir uns da jetzt noch gefehlt einlernen haben wir noch karte also ist eine fortgeschrittene kapazitätskarte basiskarte ja da fehlt gold gold haben wir automatisiert ist halt bloß gerade nichts da aber es ist automatisiert okay hier läuft alles schön weiter jawohl wunderbar so hier können wir mal alles mitnehmen was er nicht umknallen kann so nicht brauche das hier alles dass das 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 lohnstaub kann er nicht umknötern so wunderbar okay so das können wir mal das reinhämmern hier so autonome aktivatoren noch zwei könnte man noch drei bauen ich glaube das gefehlt 18 perfekt beachten 18 fehlend zwei blöcke haben wir keine okay da muss man immer kurz klauen doch da haben wir ja noch platz so halle 45 die blöcke drei schon mal kurz alle um kohle ja kommen wir hauen mal das um ihr erzählt aus so rechnen wir mal kurz alles um versinkt der stein geht nicht sind es zwar etwas umständlich das ganze hin und her funktioniert ja zur not haben wir uns da später rezepte zusammen wo einmal alle blöcke durchrichten fertig ist ja machbar so da 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 süß da und schon haben was also so schwupp da kann er dann gleich wieder drauf packen aber wir haben sogar alle leer cool so jetzt haben wir aber ein bisschen nachschub mal wieder da also auto aktivatoren drei stücke ich gerne noch perfekt dann baum dann kann man das mit der siebgeschichte alles ein bisschen beschleunigen das war ein bisschen schneller rohstoffe zusammen kriegen so also du bist noch am platten kloppen hier okay so zack 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 alle fertig wunderbar wollen nicht stecken da ist auch egal so wir brauchen auch keinen anschluss weil die einfach nur mit machen sollen so du trägst dich mal um und zwar das ausgang nach hinten guckt genau jetzt bist du richtig komplett blind machen so kann er da mal mit klickern du hast auf kies eingestellt aber kies haben wir nicht das heißt wir stellen dich jetzt auch mal aufs sand um so genau dann kannst du nämlich doch mal schön mit knötern weil kies kriegen wir doch sehr 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 wenig raus das lohnt sich einfach nicht so dreht du dich mal um genau selbst dann weg so dann können die da jetzt ein bisschen feuer geben das sie bauen wir mal ab samt dem aktivator suchen also bräuchten wir noch meine eigene zuleitung dann dafür wobei das können wir hier hin packen das geht also das hat jetzt eingesaugte so den herr fragen wir mal hier drauf können wir da 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 so so du bist blind du bist blind du bist falsch rum so jetzt bist du wieder richtig rum so du kriegst dann noch einen eingang für etwaige materialien du knitterst das tier durch im moment das heißt da können wir mal einen noch schön auf das umfremeln dann kriegen wir da einiges danach schub zusammen itemleitung mit filter so 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 kriegen wir da oben noch einen ausgang hin ja geil rups so du extra herst und zwar immer da so ich habe eine itemleitung mitgenommen ernsthaft das ist da so wie stehen wir ihn hier energie technisch ja passt so das ganze können wir dann später so riesig bauen wenn wir da die ressourcen dazu haben das können wir so übertrieben groß bauen dann nachher das wird schon geil so ich kann mal abhängen so du kriegst ein filter filter nicht sand sondern das kommt jetzt wahrscheinlich sogar schon rein als einzig aktivator ist er noch frei ist aber ist egal in kies kann ruhig mit durchknöttern das ist hoch so na das geht doch mal richtig zackig hier wunderbar so sehr schön hier kannst du behalten so feuersteine kriegen wir gar nicht raus weil wir die nur aus kies bekommen ein bisschen doof sie haben wir jetzt gar keine mehr nein aber ein bisschen bolle haben wir noch wenn wir jetzt noch einzig bauen also das muss man ja schreddern damit immer kurz durch dann kriegen wir fäden raus perfekt reich noch gar nicht 18 brauchen wir zwei wolle kurz knötern so stellen wir noch ein sieb auf mit einem pulverisierter dann nur kies schreddert pulverisierter so da fehlt wahrscheinlich alles dafür das dachte ich mir doch fast haben wir zahnräder kopf hat zahnräder automatisiert nein okay schade auch mal ein sieb zusammen geht natürlich nicht weil holz fehlt trocken ist egal was das ist und steckt zusammen so sie so ein sieb perfekt so pulverisierter dann müssen wir jetzt mal kurz noch hand zusammenschrauben pulverisierter feuersteine kriegen wir hin eisen und kupferplatten fünf sechs sieben acht so vorwärts 30 mal die rezepte durchprobieren irgendwann mal kurz eisen ran so zwei zahnräder dann haben wir das und das gold imigrieren wir kein gold zusammen hier das ist wahnsinn komm ich brauche nur ein gold machen mehr will ich gar nicht nicht zu viel verdient sein hier haubert gold gold kurz von hand umknötern hier kann zu behalten so nur ofen jetzt alles kommt macht er das nicht dreckarsch das meinte wir wahrscheinlich auch nicht naja doch den nee die schmilzt das nicht um dann okay er kannste wieder haben so packen wir da das sieb hin ne quatsch die hat so ein einzugsradius das ist krankhaft so dann knallen wir da nämlich den aktivator hin pulverisierer ran und fertig stehen wir dahinten mit gold vorräten äh gold na super okay können wir nicht weiter bauen im moment schade es hängt an einem einzigen gold machen das ist wahnsinn an ihren feier stein hängt es auch sehe ich gerade naja klar weil wir kein kies durchschroten kies haben wir auch wir haben nicht mal mehr kies da super okay kannst du mal kurz durch schreddern jetzt geben wir nur sand raus oder was so pulverisierer kriegen wir kies raus das weiß ich das sagt mir 10 prozent chance ach mit dem ex nilo haben wir können was auch machen ja okay ein hammer haben wir gar keinen kommen wir einbauen weil das sind einfache standard hammer so zack können wir die mal kurz umdreschen zu kies so kloppen wir es einfach mal kurz zu kies zusammen kann man bis zu das also quasi bis zu staub runter machen bruchstein dann zu kies kies zusammen und sand zu das kann man komplett runter prügeln so den kies packen wir jetzt einmal aus bisschen sonnen trocknen hier so da lassen wir mal noch einen kleinen einstieg für hoch das ist wichtig sonst können wir die ganze scheiße noch mal abbauen hier so beziehungsweise haben wir dann gar keine chance feuersteine zu kriegen ich brauche jetzt mindestens zwei feuersteine dass wir den pulverisierer bauen können müssen wir zwar etwas auf umwegen das hinkommen aber die feuersteine werden doch schon ganz wichtig dass wir die haben vor allem kriegen wir auch aus kies ja auch smart und diamanten dann hängen wir ein sieb komplett hin nur für kies zum sieben so ok geben wir ja mal kurz alles hin so ach das bringt die ganze mit dem hammer ich brauche ja bräuchte hier ein excavator also eine große schaufel eine breit handschaufel aber doch schon ein feuerstein sowie so wie gesagt etwas umständlich aber es geht wir brauchen jetzt erstmal nur zwei feuersteine bleibt ja mal für den anfang fünf feuersteine da also wunderbar dann haben wir das auch ein filter hätte ich gerne noch da man trichter noch essen ach nee quatsch hier trichter und papier so rum war das ich kann mal reinpacken da 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 so genau zack also jutsch jetzt fehlt es nur an gold immer noch keins können wir eigentlich auch smelten also man kann items schmelzen die nicht verzaubert sind und tralala aber ich weiß nicht ob das mit beschädigten beschädigten geht nein geht nicht schade müssen sachen sein die ganz sind wie stehen wir denn naja zwei barren noch dann haben wir es komplett ok ein klicker haben wir noch kriegen wir nochmal eingebaut tatsache sehr gut dann hängen wir da gleich zwei ran das war ein bisschen schneller kiesnachschub kriegen hier also feuersteinnachschub so und nochmal eine ja perfekt können wir gleich eine komplette dreierriege ranhängen sehr gut so wunderbar sehr schön so ok es fehlt nur es fehlt jetzt nur gold oder fehlt ja nur gold jetzt ne ach ne der rahmen fehlt ja auch noch basisrahmen ok aber zahnräder haben wir automatisiert das kriegen wir hin so rahmen hätten wir pulverisierer da da so feuersteine haben wir da ja ach scheiße die hat er in die secken mit eingesaugt drüben hatte ich ja eingestellt dass er die ja dass er die rüber hämmert ok also da unten hinlegen sonst sagt dass er gleich wieder weg so ein kolb ein kolben so du kommst dahin dann fehlt nur noch die redstone spule und noch was gold also wird ja immer vor platte gespeichert ja aber gold ist leer das heißt wir haben da so jt du kommst da rein gold ja siehst du auch einmal haben wir da äh kratsch ja da so ja das ist so müssen wir jetzt kurz so rausholen sonst hat er mir das zweck wieder weg so jetzt haben wir es aber du da du da du da du da da und da so haben wir dann noch in war fertig ja wie war es nun zum upgraden pulverisierer kann man ja upgraden ein elektron zahnrad vier da ich bin verwehrt pulverisierer da und in war da ich bin verwehrt pulverisierer ne achso hier kommt dahin so zack haben wir schon mal einen harten pulverisierer hat kommen